Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur Musikstunde. Heute spielen wir von Johann Sebastian Bach eine Musette. Johann Sebastian Bach hat das Stück komponiert für seine Frau Anna Magdalena. Er hat ihr ein Heftchen gewidmet, in dem mehrere Stücke drin sind. Und eins davon ist die Musette in D-Dur. Musette heißt schottisch und man hört es daran, dass immer ein gleichbleibender Dudelsack da drin vorkommt. Doch hört selbst. Musik 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 Musik